Hallo Leute, hier ist Olli Koritke. Ja, jetzt ein ganz exklusiver Clip vom Affenkönig. Und viel Spaß dabei und unbedingt angucken sonst. Reifig, Reifig, aah! Tschüss, da ist der. Aber du kannst allein mit Reifig und fertig. Mit euch los, besoffen oder wie? Flipper, wir haben uns solche Sorgen um dich gemacht. Flipper, komm! Futter, lecker, Flipper! Komm! Was ist denn das? Kokain? Die Jungs, das ist dem Alter, sind wir doch raus. Boah! Alter, jetzt guckst du jetzt an die Nase weg. Das ist eigentlich aber anders in Erinnerung. So, ihr Pappnasen, jetzt wird doppelt gespielt. Und zwar rakki zacki. Ran! Mich doch, reiß dich zu, verdammte Scheiße. Zwölf, vierzehn. Hast du eigentlich dein Meerschweinchen noch? Was ist für ein Meerschweinchen? Als ich mit Wolfi noch die WG hatte. Wollte ich nur bei den Users als Sprecher bewerben. Dann hatte der Wolfi die saukomische Idee gehabt, mir vor dem Bewerbungsgespräch heimlich LSD in den Kaffee zu werfen. Ich hab dann leider das Parteigewoll nicht mehr gefunden. Du, pass mal auf, ich wollte nur, dass du ein bisschen locker wärst. Verstehst du, du warst einfach viel zu verkrampfen, das blöde Bewerbungsgespräch. Aber als ich dann auf allen Drecksdrogen abgestürzt bin da, war keiner mehr von euch da, nicht? Du hast dich aus meinem Leben gebiebt, nicht umgekehrt. Ja! Weil du immer Scheiße gebaut hast, Mann. Immer. Die Miete hast du auch nicht zahlen wollen. Und meine Karre hast du auch noch zu Shirt gefahren. Oh, komm, jetzt übertreibt doch ein bisschen, ne? Sagt der, der mir eine Ex-Freunde gefickt hat. Ach so, die, ja. Ich meine, was soll ich machen? Du, die hat mich eiskalt verführt. Ich meine, ihr seid froh, dass du die untreue Zicke so losgeworden wirst. Ah, Entschuldigung, können wir uns jetzt mal ein bisschen konzentrieren? 20, 17. Was? Es steht 18, 18, du Sackgesicht. Du bescheidst immer wie früher noch. Schnauze Matchball. Ja, dann probier deinen Glück. Komm, 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 komm. Mach es auf jetzt. Ey, du dummes A, das hast du doch mit Absicht gemacht. Ja, du dummes A, das hast du doch mit Absicht gemacht. Oh, du dummes A, das hast du doch mit Absicht gemacht. Gibt's Wasser mit dem Absicht?